Willkommen zurück hier bei InGames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen immer noch Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty und sind gerade in Strebe E von Shell One, wo wir nämlich zu Emma und Co. wollen. So, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Das gleiche Spiel hatten wir auf der anderen Ebene, aber ich sehe hier einen Typen, mit dem ich nichts anfangen kann, warum auch immer. So, was haben wir hier? Nochmal Suckron Bullet. Sehr schön. Wo befinde ich mich? Ah, jetzt weiß ich, wo ich mich befinde. Okay, kein Wunder, dass ich da nicht hinkam. Ich bin in diesem Lagerraum. Äh, wo bin ich hier? Zone of Enders. Okay, da ist eine Zone of Ender Box. Schön zu wissen. Kann ich die irgendwie einsammeln oder so? Nö. Kann ich... Digitalkamera. Okay, ich habe eine Digitalkamera bekommen. Sehr schön. Äh, ich... Moment, äh, ich muss nach unten raus. Hat mir auch keiner gesagt hier. Ja, guck du mal blöd. Hör deine Musik weiter. Ah, ich habe nicht gesehen, dass ich auf Zeit arbeite oder gegen die Zeit. Äh, Moment. So, erledigt. 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 So, das war es. Hoffentlich. Moment. Bevor ich jetzt hier irgendein Risiko eingehe... Na, das war genau das Falsche. Ne, keine Claymore hier unten. So, hier... Uh, Moment. Ich sehe das gerade... Verdammt, das heißt, ich muss hier wieder rüberhangeln. Beeil dich, Raiden. Wir haben nicht viel Zeit. Emma hält nicht lange durch. Mach schon. Ja, ich weiß, dass du... ...nicht lange durchhältst. Aber wir müssen es schaffen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ja, und wir haben es geschafft. So, hoch hier. Und der Sprung hat auch gesessen. Nein, du sollst ihn nicht hinlegen. So, dann nehme ich wieder meine M9-Pistole. Komm schon. So, wo waren wir jetzt hier? Oh. Überall hat mir keiner gesagt, dass hier eine Claymore liegt. Oh, wie fies ist das denn? Moment. Einmal kurz das Infrarot-Gesicht. Nein, das ist ein Nachtsichtgerät. Da liegt noch eine Claymore. Wie fies ist das denn? Komm, regenerier dich jetzt erstmal. Und dann nehme ich den... Nee. Minen. Minen. Komm, regenerier dich. Äh, ach, ich gehe übrigens die ganze Zeit den Fallschirm weg. Ich muss hier lang. Ah, hier sind Käfer. Das wird bestimmt nochmal irgendwann eine Auswirkung haben. Aber nicht jetzt. Achso, der Aufzug ist schon da. Sehr schön. Auch nach unten. Ich habe gar keine Wahl mehr? Sequenz? Ja. Wie ist Emma? Ich denke, er hat ein paar organen interne. Wir können nicht die Blüten. Wie? Ich bin hier. Ich habe die Disque. Emma hat alles festgestellt. Wahrscheinlich, alles, was du tun hast, ist die Disque. Das sollte man das Virus in die A.I. funktioniert? Es funktioniert? Es gibt es nur für Emma. Was? Ein Antibody agent? Verdammt! Die Verbindung wurde verletzt. Ist das Virus komplett? Ich glaube nicht so. Die Zahl hat 90%. Autokon? Ich glaube nicht, Emma hat einen Fehler gemacht. Aber ein Teil der Worm Cluster hätte sich verletzt, nachdem die Disque verlassen hat Emma. Von den Patriots? Will das Virus still work? Ich habe keine Ahnung. Was? 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 Was ist alles gut? Was? Was ist alles gut? Alles ist gut. Good. At least, I won't be adding another page to our family's dark history. Yeah, that's right. What if the virus doesn't work? Either destroy that thing or take out Solidus' men. How do we get on board? I don't think we can. Unless somebody inside gives us a hand. Hal... I... I always... What is it? Wanted to see you again. You don't hate me? Never. I never wanted to get in your way. I never wanted to hurt you. I thought that with Arsenal, if I followed in your footsteps, I could be closer. I just wanted you to look at me. Look at me as... as a woman. I could never do that. Don't be so honest. It hurts. Sorry. Can I... Can I ask you one last favor? Sure. Call me... Call me... Emma. What? Please, call me Emma. Emma? 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 Answer me! Oh, 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 oh. I didn't, I didn't leave you because of the accident. I had, I had a relationship with your mother. She seduced me. And it went on. My father's death was no accident. He took his own life. It was my fault, all my fault. Forgive me, Emma. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Al? Al? Das war's. Was? 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 Warte. Arsenal ist bereit für die Ausfläche. Evacuieren die Oberfläche sofort. Sieht so, wie sie diese Umgebung entfernen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir ins Guck. Wir müssen die Husten rauskommen. Wie geht das Kama? Wir müssen die Husten rauskommen. Wir werden nicht die Husten rauskommen. Wir müssen nur so viele wie wir können. Meine Frau... ...we werden nicht mit uns kommen. Wir werden kurz beginnen. Wir werden die Husten in der Oberfläche. Wir sind in der Oberfläche sofort. Wir gehen für die Evacuierung. Die Husten in der Oberfläche sofort mit uns kommen. Hier gehen wir in der Oberfläche sofort. Wir gehen jetzt zur Oberfläche, der Oberfläche in die Husten. Ich bin immer wieder der Oberfläche. Warum, Wolf? Otakon, schau dir die Städte. Was für euch? Wir haben andere Veranstaltungen. Das ist unser Fahrrad hier. Auf jeden Fall, wir müssen das Ding schenken, wenn das Virus nicht funktioniert. Ich sollte mit dir gehen. Du hast dein Job, wir haben unseren. Du meinst, dass ich nur in deinem Weg bin? Das ist falsch. Nur du kannst diese Veranstaltungen schützen. Entschuldigung? Genau. Entschuldigung, die zwei von euch nicht können das Ding schützen. Eliminieren den Feind. Das ist deine einzige Option. Wie? E-E? Verdammt! Otakon, schau dir so viele Veranstaltungen aus wie du kannst. Es ist eine kurze Flugzeuge nach dem Meer, also nicht zu überladen die Kamov. Lass es mit mir. Ich bin genauer auf dich, Otakon. Al, ich vermisse dich. Al, ich vermisse dich. Ich vermisse dich. Ich vermisse dich. Du und ich, wir sind gleich. Ich vermisse dich und ich, wir waren immer alleine. Immer. Wir nur wollten uns lieben. Wir waren immer warten. Warten für jemanden. Wer würde uns lieben. Aber wir waren falsch. Du kannst nicht warten, um sich lieben. Du musst raus und finden es. Ich weiß nicht, dass du einfach eine Liebe lieben kannst. Du musst es passieren. Ich wünschte nur, dass ich das besser wusste. Ich wusste, dass ich mich lieben kann. Wie du wahrscheinlich warst. Emma. Du denkst, er wird okay sein? Er ist schwerer als er sieht. Er ist schwerer als er sieht. Er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Wie können wir das Ding öffnen? Du kannst jetzt rauskommen. Ein Ninja? Was ist das? Arsenal wird es weg. Sie sind nicht weg. Wir sind weg. Wir müssen uns um ein paar Dinge umgehen. Diese Zeit nicht zu verlieren. Sie können uns nicht zu verlieren. Snake, was ist das alles? Das ist alles zu Ende. Ratsache, Rydin. Ich würde das machen. Du musst die Seiten nehmen? Du musst die Seiten nehmen? Ich glaube, ich nicht zu sagen, dass ich auf deinem. Damn it. You! Ready for some shut-eye. You! This is just a story. I'll try to guess. This is a story. Don't try to guess. I'll try to guess. I'll go back to the end. I'll do that again. You're listening to the next episode. This is a story. Jack, leistest du mich? Willst du deine Mission-Data bis zu diesem Punkt schalten? Deine Mission-Data wurde gespeichert.